Das Machel sitzt, die Haare auch. Gerhard Todt macht sich fein für einen weiteren Ballabend. Rund drei Dutzend Bälle hat er in dieser Saison bereits abgetanzt. Bei ihm und seinen Kollegen von Routine trotzdem keine Spur. Natürlich, der Adrenalin-Spiegel ist immer da vor dem Ball. Hier geht's nicht nur um Vergnügen. Sie sind professionelle Taxi-Tänzer. Ballveranstalter engagieren sie für Gäste ohne Tanzpartner. Ein Taxi-Tänzer muss charmant sein, höflich, muss die Etikette einhalten und gut tanzen können. Während des Balls steht Gerhard Todt keine Sekunde still. Mit rund 25 Frauen tanzt er durch jede Ballnacht. Früher wären alleinstehende Frauen zu Hause geblieben, undenkbar ohne Tanzpartner auf einen Ball zu gehen. Doch heute? Ich bin mit Freundinnen hier. Ich bin nicht alleine hier. Ich bin ohne Partner hier am Balldienstag. Ich habe ihn gesucht, den Taxi-Tänzer. Emanzipation ist das für die Damen, ein Geschäftsmodell für Gerhard Todt. Die Agentur Taxi-Tänzer führt er seit 25 Jahren mit 60 bis 70 männlichen und einigen weiblichen Taxi-Tänzern. Sie kommen gut an, auch bei so manchem Ehegatten. Also was öfters einmal vorkommt, dass der Mann zu mir kommt und sagt, bitte holen Sie mal meine Frau zum Tanzen. Ich kann nicht mehr. Oder mir tut das Bein weh oder die Hüfte. Das ist toll, dass man einen professionellen Tanzpartner zu bekommen hat. Das würde ich gerne öfters machen. Ich kann nicht so gut tanzen und er hat mich sehr gut geführt. Es war eine schöne Erfahrung. Fünf Stunden schweben über die Tanzfläche, wie er es nennt. Dann geht Gerhard Todt nach Haus. Allein natürlich. Denn morgen ist der nächste Ball für den Taxi-Tänzer. Bis Aschermittwoch, da ist alles vorbei.